ich weiß nicht ob er jetzt eben aufgenommen hatte also noch mal herzlich willkommen zu diesem neuen video in diesem video möchte ich den sonderuntergang fotografieren habe hier unten meine kamera schon aufgebaut habe schon mal ein testfoto gemacht blender 8 tausender nd filter und ein 8er gnd filter blender 8 habe ich gesagt 60 sekunden ja und möchte hier jetzt gleich auch meine drohne fliegen lassen ist ziemlich bewölkt aber wir schauen mal was wir raus machen hier kann ich auf jeden fall ein bisschen üben auch hier ist viel platz allerdings habe ich von meiner drohne die filter natürlich vergessen die sind in einer anderen tasche er hat jetzt läuft wieder naja wie auch immer werden es trotzdem mal versuchen stammt mal kurz das bild testbild müsste jetzt eigentlich fertig sein ja und dann schauen wir mal rein das ist natürlich viel zu dunkel wir müssen wir auf jeden fall schon eine minute circa aufnehmen jetzt habe ich ne 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 wenn man was sucht ok ich habe es hier natürlich auch habe ich hier auf der uhr gar nicht drauf äh am handy also mal schauen habe ich hier doch irgendwo was drauf alle apps stop oh ja der hat schon wieder aufgehört aufzunehmen weiß nicht warum also irgendwie wird er immer wieder auf das ist schon sehr merkwürdig machen wir mal 65 kunden das erste testbild ich glaube ich mache hier den anderen ferneauslöser drauf übers handy das geht dann glaube ich etwas besser verstehe nicht warum die osmo action jetzt immer wieder ausgeht aber jetzt sind wir gleich soweit und stop so dann schauen wir mal was daraus geworden ist in der zeit packe ich mal die drohne aus also so 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 Auf dem Tutor noch. Oh, da sind die. Leer ist noch dabei. Auf dem Tutor noch, gut. Was sagt das Bild? Das sieht schon besser aus. Ohne Filter ist natürlich echt wieder kacke. Nun ja, sind wir halt jetzt durch. So, das hängen wir uns um. Aufnehmen tun wir noch. Dreh dich mal wieder richtig rum. GPS haben wir. Ach, Foto wollte ich nicht. Video. So, hier sind wir wieder. Ich mach jetzt mal eben eine Aufnahme von der Drohne. So, machen wir mal Peking an. Ah, jetzt ist Peking an. So, ein bisschen zur Seite drehen. Und dann, mein Gott, scheiß Käppi. So, den ersten Rundflug habe ich eigentlich soweit schon abgeschlossen. Und damit bin ich eigentlich recht zufrieden gewesen. Akku sagt noch genug. Oh, da haben wir schon die erste Blume abrasiert. Ah, ich bin noch am Aufnehmen. Ah, ich bin noch am Aufnehmen. Habe ich auch nicht gewusst. Ah, das ist jetzt natürlich alles überstrahlt. Na, der Himmel. So, mal auf den Himmel achten. Das ist jetzt natürlich echt ätzend, weil ich die Filter vergessen habe. Jetzt fängt es auch wieder an zu regnen. So, jetzt fängt es an. Aufnehmen tun wir noch. Aufnehmen tun wir noch. So, jetzt fängt es an. So, jetzt fängt es an. So, jetzt fängt es an. Ich lasse mal zurückkommen. dann kommen wir mal runter so ich würde sagen das reicht fürs fliegen und wir machen dann jetzt noch ein paar bilder habe ich noch bis zum sonnenuntergang hier bleibe ist eine andere sache können wir mal stopp machen wir haben acht uhr das wird wohl noch eine ganze weile dauern lassen wir jetzt noch ein bisschen abkühlen noch mal stehen lassen ja ich würde dann sagen das war es dann erstmal ja ich weiß ist alles nicht so wie ich für das alles gedacht habe aber ich bin echt tierisch aufgeregt die aufnahme die hat paar mal abgebrochen warum auch immer keine ahnung nun gut ich habe auf jeden fall die bilder die ich wollte größtenteils vielleicht macht man da hinten den traktor gleich noch mal mit einem zweiten akku mal sehen das soll es aber soweit gewesen sein bilder und sowas werde ich natürlich posten nächstes mal auf jeden fall dran denken die filter mitzunehmen bedanke mich fürs zu sehen abonnieren liken teilen kommentieren und so weiter daumen rauf unter wie ihr möchtet würde mich natürlich sehr freuen und meinen kanal natürlich auch etwas nach vorne bringen weil wir sind noch winzig wenn ich auch mal so sagen darf ja von daher macht es gut bei bei und bis bald